So ihr Lieben, das Experiment Kartoffelanbau im genialen Gemüsegarten geht weiter. Runde 2, wie versprochen. Also hier habe ich die Kartoffeln, die ich in das Döschen mit Substrat eingesetzt hatte. Zwei davon sind nichts geworden. Eine hat wunderbar zwei Ausläufer gebildet. Die habe ich jetzt hier durchgeschnitten. Und jetzt werde ich also in ein Feld meines Kastens diese beiden Hälften so tief stecken, wie es geht. Und dann sollte eigentlich nach einer Woche sich schon etwas zeigen bei mir im Gemüsekasten. Ich bin sehr gespannt und halte euch auf dem Laufen. Tschüss!